um aus der vierten das eigentlich wäre es ist etwas schwäbisches aus aber es ist etwas schwäbisches das ist was schwäbisch das ist das schweiß ich habe ich habe ich euch noch zählt was da war es ein schwäbisches schweinisch was auch hin nette was denn Notrufseile A und nein die Notrufseile die die der ich weiß nur dass sich warum das Wort Handy erfunden haben weil sie sich gedacht haben Handy Keukabel nicht ich bin ich bin also da war mal irgendwie ist besser angekommen dieses Gefühl der Marschbächtel war der leider da auch es ist schön Nein, ist das schön. Ja, es regnet schön. Ist auch noch so umweltfreundlich hier. Ja, bei Euro 6 und so bestimmt. Ja klar. Ihr fahrt so schnell. Wir fahren 110. Ja, hier sind 70. Ne, hier nicht. Ich bin auf einer gut ausgebauten Straße. Wer hat hier das Schild abgeklebt? Ich. Derjenige, der sagen wollte, geradeaus geht es nicht weiter. Oh, ich bin doch mal weiter. Es geht nicht weiter. Wie bitte? Es geht doch nur geradeaus. Ne, es geht gleich geradeaus nicht mehr weiter. Julian, Gas geben. Immer geradeaus. Gas geben. Gas geben. Ich möchte dir einen Satz mit auf den Weg geben, den mein Vater mir schon mit auf den Weg gegeben hat. Rechts ist Gas. Ja, und rechts ist da, wo der Daumen links ist. Ich glaube, ich habe ein Ikea-Live-Fast gefahren. Wie kannst du denn nur? Ja, wo bleibst denn du, Julian? Ich bin doch da. Ja, gib mal Gas da. Erst dringeln und dann nicht danach kommen, wa? Ja klar. Ja, wo bist denn du? Den versuche ich gerade abzuziehen. Wo bist denn du? Den versuche ich gerade abzuziehen. Du bist ja süß. Du bist ja so ein süßen, Josch. Du kannst nicht drohen mit einem LKW, der nicht bedrohlich aussieht, Josch. Das ist wie so ein Feuersalamander. Der wirkt voll bedrohlich. Das stimmt aber nicht. Das funktioniert nicht. Eber Gott, schenke noch dem Peter Alexander ein Feuersalamander, der ihm immer sagt, wie er heißt, als kräftig in den Finger beißt. Äh. Otto. Ach so. Die kenn ich jetzt aber, fand ich nie lustig. Was? So viel Otto gesehen und hab das noch nicht. Der ist der Hammer. Wer ist der Hammer? Otto? Und schenke doch, Mireille Maltjö ein Loch. Lass ihn reinfallen und mach's zu, dann hat die liebe Seele Ruhe. Okay. Ja. Ja gut, also. Ich schenke doch den Gildorex ein fleischfressendes Gewächs, dass ihn, wenn er auch nur singt, auf der Stelle gleich verschlingt. Und schenke denn James ein Interview, die funktioniert. Wieso? Ich war gut. Er hat gerade ein bisschen abgeschmiert. Das ist auch gut. Das ist doch alles super. Nee, das geht nicht. Abschmieren tut immer nur Mittwochs. Mit Butter oder mit Mehl. So Kehrgarten mit so einem Magazin. Auf jeden Fall auf jeden Fall mit Butter. Hallo Angi. Wo ist es für seine Tat gerade alle? Ich bin der Mann, die. Ich bin der Mann, die. Ich bin der Mann, die. Bitch. Ich bin der Mann, die. für die ich hätte ich habe die ehren gegen sie ich habe das hier gesehen die man hier wie im Grand Canyon der Orte hatten auch auch und aus Karriere doch aber ich habe nicht zu besetzen jetzt ist es weg der Nacht nicht zu tun das war nicht was du nicht sagst der James ist weg Irgendwie war mein Ping scheinbar zu hoch Du hast mir meine Illusion weggemacht Ja dann stell ich mich mal an den Rand ne? Stell ich mich auch mal an den Rand und starte mal kurz das Spiel neu Wo stehst du denn am Rand? Steine! 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 Ja Steine Ja das ist genau eine dieser Steine Na guck ich mal kurz wo das Radio gerade unterwegs ist Wahrscheinlich in deiner Armatur drin In deiner Hose Du musst dann alles in deiner Hose Ja wo wo sei wo hat und bleibt mir stehen? Weil der James Fickes Ja wo bleibt mir stehen? Wo bleibt mir stehen? Ah da Habt tatsächlich ein Ping von über 1000 auch im Jungs Das ist sehr interessant So ich bleib hier mal stehen Nee nicht auf dem Rasen Warum? Fahrer weg! Warum? Weil der Schäden auf dem Rasen stand Hehehe Kasten Schreitgeber Ach doch nicht die Blumen kaputt Die Blumen kaputt Bin extra aufs Gras gefahren Ja aber wo? Und die Arme Tiere? Ja das wissen wir nicht Ja irgendwo wo keine Leitplanke ist Ja hier sind Bäume hier bist du nicht gewesen Du bist in Bäume zu fahren Der ist weiter vor Das wäre zu Kurt und es sind Bäume gefahren oder nicht in Bäume Äh da waren Bäume ja Ach scheiße wie gesagt das war an einer Stelle wo war an einer Stelle wo ähm Dann fahr ich in der Gegenrichtung in das Gras Nein Ja fahr doch mal in die Gegenrichtung Nein 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 In der Gegenrichtung Oder ich fahr mal so eine kleine Runde mal so ein bisschen durch die Gegend irgendwie So ein Abstellscher mal Was machst du denn mit der CMDX Gucken ob es das W-Lan ist oder ob es die Internetverbindung ist Leute in 500 Metern kommt ein Rastplatz warum halten wir nicht einfach da Weil das zu einfach wäre Also die W-Lan Verbindung ist es nicht Das war sicherlich das dann Rastplatz kommt Da steht ein großes Schild Ja da das habe ich doch vorher nicht gesehen Du Klugbär Klugbär Nein Ich habe mir in einer der letzten Omsehaufnahmen gesporen Ich nenne ihn ja Takt nur noch Klappmütze Guck mal der Andi hat es schlau Warte 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 Warum fährst du von andersrum dabei? Julian Boah Takt du bist so eine Klappmütze ey Julian Ja Du stehst im Weg Man nennt es auch Spaten Ich? Ich bin rückwärts in die Tange gefahren weil ich sie überfahren habe Also ich bin dran vorbeigerast Oh das Wasser Ich bleibe hier stehen wo Wasser ist Ich finde es hier schön Ich blockiere lieber ein bisschen die Leute Ist mir egal weil hier ist Wasser Eier Eier wir brauchen Eier Mit Fisch oder mit Senf? Ähm Meerrettisch Ganz nach dem Motto von Kahn Eier wir brauchen mehr Eier Bin wieder da Hi Er ist wieder da Er ist wieder da Jetzt im Kino So ich tanke mal Ich tanke mal Niin 60 % von beschissenen in jeder diesel was die meint man kann immer mal mein Mann meint es ernst wenn es in der Nähe die Binnen die Bernd er verscheidete nicht mehr ist Niedersmerz und manche mit einem Jahr Biber Papa das kann er machen lassen Schade dann haben wir nicht so für die Niedersmerz Niedersmerz los Nö. Joosh. Wui. Ich hab's zu glauben wir können fahren. Fertig? Ja. Fertig. Joosh du bist so ein kleiner Trick ist ja. Dreck ist? Kleine Pisser wolltest du nicht sagen. Das ist Carsten Tracker. Hör auf Joosh ich muss rennen. Da war ein Elch. Da war ein Elch. Da war ein Elch. Weil der seine Elch war. Aber Scania Hupen sind schon gut. Hupen generell ist ja so. Du reitest dich gerade wieder rein. Baselsel des Wortes. Er hat Hupen gesagt. Oder rot zu werden. Immer diese. Immer diese pubertierende. Diese pubertierenden Witze ja. Fahr doch mal vorbei sagt der Herr Schwurt hier ein Sprügel. Sag mal für wie blöde hältst du mich. Ey voll blöde. So dass du es gemacht hast. Kommt ihr auch irgendwann mal hinterher? Wollte ich einmal das blöde Boot überholen. Was schon wieder vor mir ist. Da kommt ein Kreisverkehr direkt. Kein Wahrsein. Ja passiert. Ja ich war schon neben dem Boot Julian. Du warst schon neben dem? Ja und da kam der Kreisverkehr. Ich habe den irgendwie dank dem Boot nicht gesehen. Ein Kreisverkehr? Sind da alte Leute? Ja. Nein. Ich will es mir nicht vorstellen. Was willst du denn jetzt wieder? Was haben wir wieder gesagt? Ja ich weiß was der Jörg Schwieger darf. War. War vor oder ist das so ein Kreisverkehr. Oder noch ganz viele Kreise mit ihren Rollatoren im Kreis. Das war nicht gemeint. Ich weiß aber ich habe das gerade mal vorgestellt. Ich habe gerade mal ein bisschen unschuldiger gedacht. als ihr versauten Städte. Ah du bist so total entschuldig. Ja ist er wirklich. Totally innocent wie das Movie. Boa hab ich schon mal genießen was im Smoothie draufsteht. Ja das ist letztes Mal schon erzählt. Das habe ich Luisa vorlesen lassen. Ehm wie wir sowas schon schon. Ja das ist im Leistung erzählt. Hab ich sie vorlesen lassen. Sondern was ist das eine leib eigene oder was? Ja sie heißt jetzt Stimmung auf. Bitch nicht vor. Boa. Ja ich. Mann sie da mal öfter. Oh Kreisverkehr. Einfach drüber. Tudum. Tudum. Ja hier. Tudum. Tudum. Oh ich muss rechts abbiegen. Achso. Kreisverkehr. Rechtsabbiegen. Rechtsabbiegen. Ja rechtsabbiegen. Wo denn? Hinterm Kreisverkehr. Ah das ist wirklich Smoothie. Aha. Hä. Also das mit dem Kreisverkehr war cool oder? Wo muss ich denn hier? Ja ich wusste nur nicht dass man da drüber fahren kann. Ja über manche ja. Wo muss ich den hier abliefern? Ja. Ja. Halt mich gerade bei GNT? What? Bitches in ET? Ne GNT. Bitches in ET. Müsste doch hier richtig sein. Warte mal nach ne zweite Teil von ET. Ja. Doch ich guck nicht. Ich guck nicht, ich guck nicht. Ach das dahinter wahrscheinlich. Duden drüber fahren einfach so? Ja ja. Genau so. Ich hab, ich hab mir nen Punkt gesetzt. Da kann ich mal gucken. Was, was denn für nen Punkt? Da ist er. Brüner Punkt. Ne der, grüner Punkt ist ihr. Ihr seid was heidebar. Wusstet ihr das? Ne bei mir ist er die gelb. Jetzt bin ich natürlich genau falsch rum gekommen. Super. Ja was denn? Falsch rumkommen. Sehr schön. sein dass homosexuelle männer die lieber eine frau werden bei der oscar der nicht manchmal rückwärts hat es nicht so ab hier ist es auch hier er ist ein rückwärts zu denken dekrepiert aber dekrepiert nur halb so hat sich das ganz kurz an muss man über sein also also quasi quasi nene sie ihn ja genau wenn die seien Prozent dieser diesen rückwärts oder ich wollte die Stellung sagen er hätte die Stellung ich mache hier Blockade ich habe in dem kleinen so genau die Blockade schon mal raus sicher ist sicher ich sehe wieder gar nix so rum das ist auch Leute hier kann man geile Thumbnails im Kopf ja dann schauen sich die Leute das auch an ja da musst du nackte Frauen da drauf machen der Josch ist voll Hi Andi der Josch ist voll irgendwie fixiert auf den YouTube Algorithmus wieso aber ich finde das viel cooler hier mit dem ähm mit diesem Hinweis komm setzt dein Boot da jetzt ab man ja ja ich habe eine coolere Position gefunden hier ist so eine so eine Tafel mit Hinweisen ich habe Leute gefunden weg da da steht Leute los soll ich den Wasser einmal holen ich fahr jetzt auch mal an der Hinweistafel auf auf und schuldigung das ist cool ja eine Minderung das muss ich noch nicht fahren damit ich das auch richtig hier drauf ich kann auch von der anderen Seite gucken und dann mit dem mit dem Kassen zusammen ja warum hast du eigentlich den Scheiben jetzt bei mir regnet guck mal jetzt geht es noch besser so mach ich mal hier die falsche Taf zu tun Parking für die Heikeld die Heikeld das ist die Heikelds Ordner das ist die Heikelds Ordner das ist die Heikelds boah weißt du was das heißt das heißt das ist nämlich das ähm das ist nämlich das ähm hab ich dann irgendwann mal in einem Tutorial von dir gesehen im Tutorial da hast du dann auch wie Heikelds gesagt das ist schon immer der wie Heikelds Ordner und dann hab ich wie Heikelds gesagt und dann stellen wir einen Bruder zufällig in der Nähe und sagt was redest du denn für die Scheiße das heißt Heikelds ne Heikelds ist deutsch weh ich glaube genauso genauso wie es eigentlich nicht Spline sondern Spleen heißt hab ich gelernt ich hab ein richtiges Video gedruckt ja das könnte aber auch einfach nur Dialekt sein das kann dann nicht wahr sein ey wo ist denn euer Tafi Schild? vor mir das ist hier versteckt das ist hier das ist hier das ist hier das ist hier Untertitelung des ZDF, 2020